Ja was geht, mein Name ist Niklas, herzlich willkommen zu diesem Video und heute geht es um die Dinge, die euch keiner sagt, wenn es darum geht mit Shopify Dropshipping seinen ersten Erfolg zu haben, wenn man ein Winning Product gehittet hat und die ersten Sales reinkommen da gibt es ein paar Dinge, die man unbedingt beachten muss, denn sonst geht das Ganze wieder den Bach runter ihr verliert das meiste von eurem Profit und steht wieder bei Null glaubt mir, ich habe das in eigener Hand erlernen dürfen und damit ihr das nicht müsst, gebe ich euch dieses Video hier mit wo wirklich super viele Nuggets drin sind ich erkläre euch das Ganze, was ihr zu beachten habt, was super wichtig ist und ich habe das wirklich nirgendwo anders gesehen ich habe das aus meiner eigenen Erfahrung gelernt und deswegen droppt jetzt schon mal ein Like und ein Abo auf dieses Video denn das ist wieder krasser Mehrwert dabei und auch wenn ihr noch keinen Euro Umsatz gemacht habt, zieht euch dieses Video rein super wichtig, das Ganze zu wissen, bevor ihr reingeht denn dann könnt ihr diese Fehler sofort vermeiden zieht euch das Ding von Anfang bis Ende rein es ist wirklich krasses Game dabei und ich würde sagen, ich labere gar nicht mehr lange wir springen hinten rein, let's go wir sind jetzt immer im Bildschirm und wir starten gleich los 1k plus, Tage mit Shopify Dropshipping was euch keiner sagt, Dinge, die du unbedingt beachten musst wenn du 10 bis 15 plus Sales pro Tag machst Backend, auch für Beginner mit 0 Euro Umsatz, zieht euch das unbedingt rein es ist krasser Mehrwerttrend und wir schauen uns gleich an, über was wir alles sprechen werden nämlich Video Content Table erster Punkt, wie man auf 1k plus pro Tag kommt dieser Store und meine Strategie dahinter warum Backend genauso wichtig ist wie Frontend und ich definiere die Begriffe auch falls ihr das nicht sagt dann dritter Punkt Logistik, Supply Chain also schnell und zuverlässig 20 bis 30 Orders pro Tag verschicken und das Ganze von China und ich gebe euch auch Bescheid, wie das mit EU Supply dann ist Customer Support, E-Mails Regeln, mein Ansatz dazu Cashflow Management, also sein Cashflow verwalten, um bestmöglich zu skalieren und nicht unterzugehen, da gibt es auch eine Story dazu Fehler, die man da machen kann, beziehungsweise wenn man nicht aufmerksam ist kann man da in Schwierigkeit geraten, also Cashflow Management auf jeden Fall ein Nugget dabei, weiß nicht, ob ihr das schon irgendwo gehört habt deswegen dieses Video, Dinge, die euch wirklich keiner sagt und lasst ein Like da zu dem Content hier aber gehen wir mal weiter Buchhaltung, seine Zahlen im Blick behalten und managen da zeige ich euch, wie ich das mache und zum letzten Punkt, das Mindset nach erstem Erfolg wichtig, da gebe ich euch nochmal drei wichtige Tipps mit die, ja, wichtig sind starten wir gleich rein wie man auf 1k pro Tag kommt diese Store, wie ich das Ding gemacht habe ich gehe ganz schnell drüber ich habe das Produkt gefunden bei Instagram Scrolling ähnlich wie bei TikTok zieht euch meine Product Research Reihe rein oder den großen Kurs da erkläre ich meine Methoden, wie ich Produkte finde und Insta Scrolling ist das Equivalent zu TikTok Scrolling nur halt auf Insta, man scrollt durch Reels man scrollt durch Hashtags und durch die News Feed Page und findet halt so ein Produkt und so habe ich das ganze Ding entdeckt und habe das gestartet das ist eine Beauty Nische ich habe das The Beautify Theme auf dem Store also ich habe hier die Sachen notiert, die euch interessieren können die ihr sozusagen übernehmen könnt wie das ganze Ding möglich ist das hat mich auch früher interessiert als ich gelernt habe, wie die Leute das machen deshalb gehe ich euch das hier mit also ich habe das The Beautify Theme auf dem Store also simpler Store, keine Custom Landing Page oder so und wie ich Traffic schalte das sind TikTok Ads und Instagram Theme Page Shoutouts ich habe dazu schon mal ein Video gemacht falls ihr das nicht kennt ich verlinke es in der Infocard hier oben und TikTok Ads laufen auch nebenbei her mit 100 bis 150 Dollar Budget derzeit ich warte auf neue Creatives und so habe ich das Ding hochgezogen auf 1K pro Tag und 2,5K pro Tag war auch dabei und so weiter und was ich euch hier mitgeben will es kann extrem schnell gehen wenn ein Produkt abgeht dann ist Scale Time also deswegen habt dann das Backend Ready und dazu kommen wir jetzt aber man kann einfach das Ding ist, es ist keine Magie es ist einfach euer Produkt carried euch zu 80% also wenn ihr ein geiles Produkt habt dann ist es nicht so wichtig welche Ads ihr schaltet und welchen Store ihr habt dann funktioniert das Ding einfach und wenn ihr die beiden Sachen also Ads und Store das Frontend noch optimiert dann geht es richtig ab und dann könnt ihr auf 1K pro Tag auf 5K pro Tag auf 10K und 20K pro Tag auch skalieren aber dafür habt unbedingt das Backend am Start und deswegen gehen wir jetzt rein ins Backend und wir starten mit warum Backend genauso wichtig ist wie Frontend hier sind die zwei Begriffe auch nochmal definiert also Frontend die Sachen die im Vordergrund eben sind die man sieht das Marketing Store Aufbau Ads schalten und so weiter das ist das Frontend und das Backend ist die Sachen die im Hintergrund sind die im Hintergrund laufen die man nicht sieht also die Supply Chain den Customer Support Cashflow Management und so weiter die ganzen Dinge die irgendwie eher unsexy sind obwohl ich die ziemlich cool finde wenn man die auch optimiert also das Backend ist das was im Hintergrund läuft Frontend ist das was vorne läuft und was ich hier geschrieben habe wenn ihr kein vernünftiges Backend habt wird euer Kartenhaus zusammenfallen und ihr werdet euren Profit wieder verlieren denn da kommen Returns Refunds Chargebacks und Dry Cashflow habe ich das genannt das heißt ihr habt keinen Cashflow mehr um Ads zu bezahlen um Produktkosten zu decken und musst das Ganze abschalten da ihr sonst ja Schulden habt oder was weiß ich deshalb erzähle ich euch das Ganze hier in diesem Video lasst ein Like dafür den ganzen Mehrwert und wir schauen weiter was noch ein großer Grund ist warum ihr Backend unbedingt optimieren solltet ist Chargebacks vermeiden sonst gibt es Ärger mit der Bank und mit Payment Processors das heißt ihr könnt da auf so eine Matchliste kommen wenn ihr zu viele Chargebacks habt ein Chargeback ist wenn ein Kunde bei der Bank anruft und sagt hey das Produkt ist immer noch nicht da ich denke das ist Betrug oder sowas und dann chargt die Bank sozusagen Back das heißt sie versucht das Geld sich wieder zu holen und die können das und ihr müsst nochmal eine Strafe drauf zahlen ihr könnt da natürlich interagieren und sagen hey ich habe das Produkt verschickt hier ist die Trackingnummer und so weiter aber wenn ihr viele Chargebacks im Vergleich zu euren Orders habt dann kommt ihr auf diese sogenannte Matchliste und das ist ganz schlecht denn dann könnt ihr keine neuen Konten mehr erstellen mit Stripe mit Paypal und so weiter mit den ganzen Payment Processors also diese unbedingt vermeiden deswegen haben wir das Backend am Start deswegen machen wir Customer Support und so weiter und natürlich für die Customer Experience gehen wir weiter gutes Backend ist langfristiger Erfolg wie gesagt sonst fällt euer Kartenhaus zusammen und wir springen in den ersten Punkt rein und das ist Logistik Supply Chain ich habe die 5 Supply Chains beziehungsweise die 5 Methoden von Logistik für Dropshipping aufgelistet und wir starten durch mit den ersten zwei und das ist erstmal AliExpress Fulfill also wenn ihr noch über AliExpress bestellt über die AliExpress Händler das schickt da gebe ich euch mit was ihr am besten tut das heißt verwendet die Assers die App die habe ich auch in meinen beiden Kursen vorgestellt und die haben auch Tutorials auf YouTube falls ihr euch falls ihr da auf Schwierigkeiten stoßt da wird euch sicher weitergeholfen habt einen Kontakt mit eurem AliExpress Supplier die haben meistens WhatsApp oder Skype verlinkt sonst schreibt denen auf AliExpress und die geben euch WhatsApp oder Skype und kommuniziert mit denen und da könnt ihr euch auch austauschen und das ist super wichtig also steht in direktem Kontakt mit dem AliExpress Supplier und schaut welche Shipping Line dieser verwendet das heißt da gibt es so bei AliExpress wenn man rauf geht auf diese Lieferzeiten kann man auswählen in welches Land und dann werden einem die Liefer Shipping Lines eben angezeigt gut ist wenn er Jun Express hat oder Sun You ist gut Top You ist okay Kine You Air ist glaube ich gut es steht immer dabei welche Lieferzeiten das sind und der Supplier kann euch das dann auch bestätigen wenn ihr den kontaktiert also checkt dass ihr eine vernünftige Shipping Line hat wenn ihr irgendeine hat mit 90 Tagen dann könnt ihr das gleich vergessen sucht euch einen besseren Supplier und soviel zu AliExpress und wenn ihr dann 10 bis 15 bis 20 Uhr das Brotag habt würde ich euch unbedingt empfehlen auf einen Agenten umzusteigen wo man das ganze Ding findet oder Agenten findet sind in den Facebook Gruppen und was das ganze überhaupt ist kurz zur Erläuterung das sind einfach Personen die von Factories also von Fabriken sourcen können und das Produkt schneller rausschicken können die haben einfach Zugang zu besseren Shipping Lines beziehungsweise die machen das halt hauptberuflich und können euch somit eben schnellere Lieferzeiten verschaffen und meistens auch einen besseren Preis deshalb holt euch einen Agent aber viele Agents arbeiten nur mit eben Leuten die 10 plus Orders machen 20 plus Orders die guten Agents halt es gibt natürlich ein paar Agents auch die von 0 auf starten da bekommt ihr aber nicht den besten Service aber könnt ihr natürlich auch verwenden wo man das ganze Ding findet sind die Facebook Gruppen also da einfach reinkommentieren es gibt ganz viele Facebook Gruppen um die E-Commerce Community herum genauso Discords also wenn ihr da ein paar Discord Server findet dann da reinschreiben sonst könnt ihr das ganze Ding einfach bei Google suchen ein bisschen herumgraben auch in den ganzen Foren und auf Reddit und so weiter da findet ihr auch Agents und sonst einfach den Reddit-Usern DMen oder auf Instagram jemandem schreiben und so weiter dann findet ihr da safe einen Agent der euch 7 bis 15 Tage Shipping bereiten kann und einen besseren Preis geben kann und ihr habt dann auch natürlich direkten Kontakt mit dem Agent besser als beim AliExpress Supplier und er kann es eben schneller rausschicken es ist eine Win-Win meistens kann er euch bessere Preise geben also unbedingt empfehle ich euch einen Agent dazu holen er kann euch das Produkt customizen das heißt der gibt es dann weiter an die Factory und macht das so mit also ist das auch noch ein Vorteil von einem Agent kommen wir zu den anderen drei Methoden da gibt es dann noch Sourcing Services habe ich das genannt man kann es auch ich habe es mal Agent Services genannt oder so das sind einfach Firmen beziehungsweise Unternehmen halt die Produkte aus China sourcen können also für euch von Fabriken sourcen können und dann verschicken also wie Agents halt nur ist es ein Unternehmen und da gibt es Services wie VIO, CJ Dropshipping, Sandrop, Titan, 3PL habe ich hier gelistet es gibt ein paar mehr und diese könnt ihr einfach kontaktieren ihr bekommt da euren eigenen Agent in der Firma oder in dem Unternehmen halt und der kann euch die Produkte sourcen schaut euch da ein paar Videos zu an die haben auch Ressourcen und so könnt ihr auch vorgehen diese liefern auch bessere Shipping Times Shipping Zeiten und bessere Preise also das auch auf jeden Fall abchecken und dann kommen wir zu den zwei letzten zwei besten und most advanced Varianten sozusagen der Private Supplier das heißt von Alibaba den Supplier nehmen oder von irgendeiner anderen Sourcing Website oder der Agent connectet euch zu der Factory zu dem Supplier und ihr könnt euch somit was aushandeln mit dem Private Supplier was aber dann hauptsächlich passiert ist ihr kauft in bulk das heißt mehrere Units so über 500 und verschickt die zu einem Warenhaus und schickt von dort weiter das ist dann eher wenn man mit Private Suppliers arbeitet natürlich bieten manche Dropshipping an aber das ist dann eher das Buying in bulk wenn man mit diesen Supplieren arbeitet was aber dann passiert ist natürlich bekommt ihr viel bessere Preise wenn ihr erstens in bulk kauft und direkt zum Supplier geht dann schlagt der Agent noch nicht seine Prozent drauf und so weiter der könnt ihr nochmal sparen und ihr könnt das Produkt customisen also Customization wie zum Beispiel Logo drauf klatschen Verpackung anders machen und so weiter Private Supplier und das Ganze gilt natürlich auch für den EU Supplier beziehungsweise das mit der Customization nicht und so aber EU Supplier wenn ihr ein Halt wenn ihr EU Dropshipping betreibt dann ist es natürlich die beste Logistik Lösung die hat schnelle Lieferzeiten Produktqualität ist top meistens und kann auch das Volumen das Ding ist da müsst ihr dann fragen ob ihr das Volumen handeln kann ob er so viel auf Lager hat und so weiter aber denke ja also EU Supplier ist natürlich optimal da ist das Ding halt mit den Preisen ob eure Marge nicht drauf geht da müsst ihr dann abkalkulieren aber sonst sind das die anderen Logistik Lösungen und ich würde euch wirklich empfehlen geht so schnell wie möglich von den Logistik Lösungen ja weiter sozusagen in diesem Kreis also zuerst AliExpress nur testen dann zum Agent oder gleich mit dem Agent testen und dann von Agent zu Private Supplier und dann ich habe gar nicht aufgeschrieben der nächste Schritt ist eigentlich ein 3PL das heißt Third Party Logistics aber bei 1 bis 2k pro Tag ist das noch nicht notwendig da schickt ihr dann eben die Orders von Bulk wenn ihr beim Alibaba Supplier kauft in ein Warenhaus 3PL Third Party Logistics Center gibt es in USA gibt es in Deutschland meistens zu ja kann man sich auf jeden Fall leisten wenn man Cashflow hat dann schickt ihr das dorthin und dann kommt es in Deutschland und wird es von dort verschickt das ist dann der vorletzte Schritt zu sagen der letzte Schritt wäre dann Inhouse Fulfillment also wenn ihr ein eigenes Warenhaus habt aber 3PL sind auch gut die habe ich hier nicht aufgeschrieben aber könnt ihr auch auf jeden Fall merken wenn ihr zu diesem Step kommt soviel zu Logistik und Supply Chain gehen wir weiter zu Customer Support und vor allem wenn ihr längere Lieferzeiten habt habt guten Customer Support der kompensiert sozusagen für eure lange Lieferzeit damit die Leute trotzdem eine gute Customer Experience haben und der Grund wie ich hier aufgeschrieben habe sind Chargebacks vermeiden wo wir vorher schon kurz drüber gesprochen haben und eben die Customer Experience so gut es geht hochzuhalten beziehungsweise kompensieren eben für die langen Lieferzeiten deswegen Hub Support und wir gehen über das ist mein technisches Setup kurz also entweder ihr habt zwei Möglichkeiten entweder ihr erstellt eine separate Gmail wie zum Beispiel info.storname oder storname halt at gmail.com und benutzt den Service improv.mx.com da könnt ihr dann eine info.storname.de E-Mail erstellen kostenlos also kostet euch nichts und wenn jemand eine E-Mail an diese info.storname.de schickt dann wird die weitergeleitet an eure Gmail und ihr könnt von der Gmail aus antworten und könnt es auch so einstellen dass eure Gmail als diese info.storname.de angezeigt wird also das ist eine coole Lösung habe ich auch noch nirgendwo gehört dass sie jemand angesprochen hat im E-Com Game deshalb lasst du mal ein Like da für dieses Game aber das ist die erste Variante kostenlos zweite Variante die ich verwende ist Namecheap Private E-Mail wenn man bei Namecheap eine Domain kauft dann wird es gleich vorgeschlagen als Upsell kostet 31 Euro pro Jahr also unter 3 Euro pro Monat das ist auch wirklich nichts und ihr könnt drei professionelle E-Mails erstellen info.storname support.storname und keine Ahnung PR oder Storname für Influencer Outreach oder sowas und das könnt ihr verwenden um dann eben Customer Support E-Mails zu beantworten geht davon aus dass ihr später auch einen VA oder VA Virtual Assistant da kommen wir gleich zu reinlassen werdet in den Account deshalb legt die Passwörter dementsprechend fest will ich auch nur damit noch mitgeben gehen wir mal weiter Customer Support nochmal wenn ihr 10 bis 20 E-Mails pro Tag bekommt dann könnt ihr die selbst beantworten es braucht ein bisschen Zeit aber vor allem wenn ihr Templates benutzt so vorgefertigte Antworten weil die meisten E-Mails sind ziemlich gleich wo ist meine Bestellung wie lange dauert es noch wie kann ich meine Tracking Nummer finden und so weiter wenn ihr da Templates habt dann könnt ihr einfach Copy Paste kurz ändern und schon ist das Ding abgeschickt und ihr habt die E-Mails beantwortet was dann noch ist was ich kurz schon angesprochen habe ist Virtual Assistance wenn ihr englischsprachig unterwegs seid im US-Dropshipping oder im UK und sonst was könnt ihr VAs von den Philippinen einstellen da gibt es eine Website die heißt onlineshops.ph und hier könnt ihr wirklich VAs für 2 Dollar pro Stunde bekommen was ja wirklich nichts ist oder ihr bezahlt die nach E-Mail beantwortet damit das auf dieselbe Rate circa rauskommt und so könnt ihr einfach billig das Ding outsourcen ich habe noch kurz gegraben im Internet und habe diese Website hier gefunden das sind deutsche VAs die günstig angeboten werden ich habe das Ganze nie selber verwendet deshalb hier keine Garantie oder sonst was ob das Ding funktioniert aber was deren Ansatz ist das sind Leute die Deutsch studiert haben beziehungsweise aus Deutschland ausgewandert sind in andere Länder in östliche Länder in Litauen und so weiter auf jeden Fall Deutsch sprechen aber dort in diesen Ländern eben die Rate die stündliche Rate so gering ist dass man die eben so billig kaufen kann also checkt das auf jeden Fall mal ab muss ich selber noch abchecken wenn ich mal meine deutschen Stores launche kommt übrigens auch bald dann werde ich das abchecken und dann auch Bescheid geben aber ich gebe es euch auf jeden Fall mit oder letzte Option kleinen Bruder Cousin oder was auch immer anheuern um eure E-Mails zu beantworten dass es dann euch überlassen wie viel ihr von eurem Business eben Preis geben wollt und es sind auch die unangenehmen Sachen also da schreiben dann halt Leute dass sie schon zwei Wochen warten auf ihre Bestellung die noch nicht da ist und die muss man halt dann beantworten aber wenn ihr einen kleinen Bruder habt sagt ihr mir du bekommst 10 Euro wenn du mir heute mein Postfach leerst so sagen dass du irgendwie antwortest 50 E-Mails dann ist es auch ein guter Deal denke ich das war es zu Customer Support gehen wir weiter zu Cashflow Management das ist ja wirklich interessant zu wissen für euch nämlich wir gehen mal drüber Stripe und Shopify Payments was im Endeffekt dasselbe ist braucht zwei bis drei Tage um euren Umsatz auszuzahlen und das Ganze wird passiert nur an Business Days das heißt nicht am Wochenende und Paypal muss man immer manuell abbuchen sonst sitzt es halt auf Paypal und das dauert auch ein bis drei Business Tage und wird wie gesagt auch nicht am Wochenende abgebucht das heißt ihr bekommt das Geld erst zwei bis drei Tage verzögert müsst aber meistens schon am selben Tag also müsst natürlich am selben Tag die Ads zahlen und die Produktkosten spätestens am nächsten Tag oder am übernächsten Tag und das ist eben die Kunst des Cashflow Management das Ganze auszubalancieren damit sich das Ding ausgehen was dann noch dazu damit sich das Ding ausgeht was dann noch dazu kommt sind Prozessoren Prozessors also diese Payment Prozessors wie Paypal oder Stripe oder Shopify Payments können euer Geld halten einfrieren wenn die irgendwie glauben dass ihr ja Betrug begeht oder zu schnell skaliert was weiß ich was die für Algorithmen haben damit die dann das Geld einfrieren und deshalb ist es umso wichtiger den Cashflow im Auge zu haben und auch Cashflow Buffers zu haben dazu komme ich gleich im nächsten Punkt das sind nämlich genug Cash auf der Seite auf dem Bankkonto um Ads zu zahlen um Cox zu zahlen bevor die Auszahlungen ankommen wichtig da eben die Auszahlungen verzögert ankommen zwei bis drei Tage zu spät und manchmal dauert das auch länger habe ich festgestellt bei Shopify Payments so vier bis fünf Tage kann das sogar dauern beziehungsweise war vielleicht nur einmal so oder ist dann übers Wochenende halt übers Wochenende natürlich und dann bekommt ihr euer Cash erst später deshalb ist es wichtig so viel auf der Seite zu haben um euren Cashflow zu zahlen und deshalb habe ich hier aufgeschrieben Cashflow Buffers zum letzten Punkt was hier ziemlich gut ist sind Kreditkarten das ist der perfekte Einsatz für eine Kreditkarte könnt ihr einfach alles auf die Kreditkarte mit der bezahlen und dann am Ende des Monats wo der ganze Cashflow reingekommen ist von Stripe von Paypal und so weiter könnt ihr das easy abbezahlen und nebenbei könnt ihr auch noch Reward Punkte sammeln hier Amex also die ganzen Econ Killer verwenden Amex und würde ich auch empfehlen wenn ihr dafür qualifiziert seid meldet euch für eine Amex an beantragt die und dann könnt ihr den ganzen das ganze Adspend und die ganzen Corks also Cost of Goods Sold das sind die Produktkosten über Amex laufen lassen und bekommt einen Reward Punkt ihr könnt dann gratis herumreisen und so weiter ihr wisst Bescheid und das zu Cashflow Management habe ich noch eine Folie nein dann kommen wir weiter zu Buchhaltung und ich mache bald ein eigenes Video zu diesem Thema und gebe euch da auch die Templates mit die ich verwende wird auf jeden Fall krass kommt vielleicht diesen Monat noch vielleicht erste Woche Mai je nachdem wie schnell ich bin und dann kommt das extra Video zur Buchhaltung ich will euch hier aber trotzdem die Hauptdinge mitgeben die ihr hier beachten müsst also erstes erster Punkt kennt eure Zahlen erstens mal gut für Management damit ihr das im Auge habt wenn eure Produktkosten zu viel werden und so weiter dann habt ihr das im Auge ich würde das täglich eintragen in Google Sheets das habe ich hier als zweiten Punkt also erstellt euch Google Sheet Tabellen die können am Anfang ganz simpel sein ich habe da schon bessere Templates die werde ich euch dann wie gesagt in diesem Buchhaltungsvideo für Shopify Dropshipping mitgeben aber tragt eure wichtigsten Zahlen manuell ein und dann könnt ihr da checken wie eure Zahlen derzeit aussehen und ihr braucht das Ganze auch später für eure Steuererklärungen also Buchhaltung ist wichtig manche verwenden so Tools wie Lex Office oder Savdesk ich habe das kurz angetestet war nicht zu der Fan von dass es eher für Leute die Aktivrechnungen ausstellen müssen wir müssen das ja nicht machen dazu komme ich auch gleich im nächsten Punkt das übernimmt eine App für uns nämlich Order Printer Pro oder Sufio Sufio ist ein bisschen professioneller und teurer aber Order Printer Pro reicht auch vollkommen aus und habe ich auch lange verwendet sammelt die Rechnungen eure ganzen Ausgangsrechnungen an die Kunden durch diese beiden Apps und die ganzen Eingangsrechnungen sammelt ihr natürlich auch eure ganzen Zahlungen die ihr tätigt von Shopify von irgendwelchen Tools die ihr verwendet und so weiter und sammelt die in einem Ordner die wenn das Finanzamt verlangt von euch das Preis zu geben dann müsstet ihr natürlich parat haben deshalb diese sammeln mehr dazu in diesem extra Video zur Buchhaltung und dann gibt es auch Shopify SVP Profit oder Lifetime und es gibt auch ein paar mehr Profit Calc und so weiter die sammeln eure ganzen Ausgaben von AliExpress von TikTok Ads von Facebook Ads und so weiter die verlinkt man verlinkt die ganzen Accounts damit und die ziehen die ganzen Zahlen in ein Dashboard und dann könnt ihr da euren Profit sehen eure ganzen Ausgaben und so weiter Advanced ist hier Triple Whale das macht noch ein paar mehr Dinge das kann auch Attribution und so weiter habe ich selbst noch nicht verwendet aber ich gebe es euch hier auf jeden Fall mit gebe euch mit was ich weiß damit ihr davon profitieren könnt und das vereinfacht euch eure Buchhaltung nochmal ich würde es dann trotzdem manuell in den Google Sheet eintragen damit ihr das separat habt falls ihr mal in den Store schließt oder so oder irgendwas mit eurem Konto passiert dann sind die Zahlen auch weg aber die sind auf jeden Fall eine Hilfe und ich habe auch eine Zeit lang Be Profit verwendet wurde aber dann unnötig bei mir weil Google Sheets für mich vollkommen ausreichen und dort habe ich auch nochmal die Flexibilität eigene Rechnungen anzustellen und so weiter soviel zur Buchhaltung was ich euch damit geben kann habt eure Zahlen im Blick schreibt das ganze Ding auf braucht ihr später für die Steuererklärung es ist immer gut alles zu dokumentieren wenn ihr das irgendwo habt Google Sheets ist sowieso praktisch weil es in der Cloud ist von jedem Gerät aus ja aufmachbar sozusagen und soviel zur Buchhaltung das war es eigentlich zu den ganzen Tipps zu den ganzen Nuggets ich bin schnell drüber gegangen das wird ein bisschen ein kürzeres Video für meine Verhältnisse aber ich hoffe ihr habt schon mal viel mehr mitgenommen jetzt kommen wir noch zu den Mindset Dingen die auch sehr sehr wichtig sind also gehen wir rein nämlich Mindset nach erstem Erfolg erstens mal ruhig bleiben sich über den Erfolg freuen ja aber nicht überheblich werden dann entstehen Fehler und lieber emotional ein bisschen distanziert bleiben das Ding lenken und weiter ausbauen ohne sich komplett abzufeiern und so weiter auch nicht im Freundeskreis flexen und so stay calm ihr wisst Bescheid wenn ihr im Freundeskreis irgendwie rumflext oder euren Eltern das Ding zeigt und dann nächste Woche stürzt es ab weil ihr so emotional davon mitgenommen wurdet von eurem Erfolg das will ja auch keiner also bleibt ruhig wisst habt im Hintergrund okay ich hab da was am Laufen aber ich muss ruhig bleiben muss das Ding lenken und weiter ausbauen das auf jeden Fall kann ich euch mitgeben nächster Punkt foot on the gas denn jetzt ist die Zeit das Gaspedal durchzudrücken und Vollgas zu geben mehr rauszuholen aus dem Ding und schauen ob ihr das auf 5k pro Tag auf 7k auf 10k pro Tag skalieren könnt und natürlich das Backend muss dann stabil sein das ist auch nochmal ein Tipp also slow and steady scale ist besser als dieser fast scale wo dann später alles zusammenbricht das heißt macht auf jeden Fall geht sicher dass euer Backend das aushalten kann wenn ihr so schnell skaliert wenn ihr einen Winner habt und das ist eben dieses fast Dropshipping Game wenn ihr ein Winning Product habt schnell skalieren so schnell wie möglich bevor die Competition reinkommt und so weiter dann holt ihr das meiste Cash raus deshalb foot on the gas und der zweite Punkt oder der dritte Punkt hängt mit dem auch zusammen das ist Momentum ist King um Momentum zu erzeugen braucht es viel aber wenn der Zug fährt ist es leicht zu beschleunigen ich habe die Zug Analogie verwendet und jetzt wenn ihr wirklich den ersten Erfolg seht 500 Dollar Tage 500 Euro Tage 1k Tage 2k Tage dann Zeit auf das Gas zu drücken euer Backend nochmal zu stabilisieren zu optimieren Kontakt herzustellen zu Agents und so weiter Support wie er ist einzustellen denn jetzt ist wirklich die Zeit für Gas und auch nicht Steuern vergessen sondern das auch im Hinterkopf behalten und dann auch nicht euer Geld ausgeben denn am Ende des Jahres kommt nochmal die Steuerrechnung auf euch zu deshalb ruhig bleiben das ganze durchdenken und so weiter wie beim ersten Tipp jetzt ist die Zeit für Gas nicht rasten und Erfolge und Erfolge feiern so habe ich das gemeint das kann man machen wenn alles automatisiert läuft also nicht irgendwie auf Mallorca fliegen und sich komplett abfeiern weil man 1K Day hatte deshalb ruhig bleiben Food on the Gas Momentum is King also Gas geben aber ruhig also Calm und ruhig Gas geben das Ding ausbauen das möchte ich euch mitgeben so bin ich vorgegangen und funktioniert ganz gut also das war's mit dem Video Abschluss nicht viele reden über solche Sachen ich hoffe das hat euch geholfen ich bin durchgerast durch die Dinge wie gesagt ein bisschen kürzeres Video für meine Verhältnisse deshalb will ich das Ganze jetzt auch zu Ende bringen man sieht immer nur Ads Shopify Lambo ich hoffe das hat euch wirklich geholfen und ihr habt mal ein bisschen Blick hinter die Kulissen werfen können wenn man das so sagen kann ein paar Dinge die man auch beachten muss die sollen die eigentlich das Ganze stützen damit das nicht zusammenbricht wenn ihr das nicht macht kann natürlich sein dass die ganzen Returns reinkommen die Chargebacks und so weiter und dass sie dann wieder bei Null steht und das will keiner wenn euch das Ganze geholfen hat dann lasst ein Like da unten ein Abo da folgt mir auf Instagram ich poste öfter so Sachen oder auch Screenshots von mir zur Inspiration natürlich ich bin kein Typ der irgendwie flext oder auch hier mit dem Bild das ich hier gepostet habe Bike gekauft mit Shopper Profits von einem Tag einfach nur als Inspiration weil das Ding einfach möglich ist ist echt geil ich habe mir hier so ein und es ist auch ein gebrauchtes Bike aber macht extrem Bock zu fahren deshalb habe ich das hier integriert damit ihr seht was wirklich möglich ist mit diesem Game hier und dass es extrem nice ist ich wünsche jedem von euch 1k Days und in diesem Sinne ich habe noch eine Folie die könnt ihr euch durchlesen die integriere ich einfach in all meine Videos zum Newsletter ersten Link in der Beschreibung wenn ihr wollt lest euch das durch oder lest euch die Landingpage durch und meldet euch dort an droppt da exklusives Game per E-Mails und so weiter also ihr wisst Bescheid checkt es ab so viel zu diesem Video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst ein Like da lasst ein Abo da folgt mir auf den Socials checkt die Beschreibung Links ab und ich würde sagen viel Erfolg ich wünsche jedem von euch die 1k Days zu knacken ich bin raus haut rein das ein Abo schoen